Hallo und herzlich willkommen bei ideaTV. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert in einer aktuellen Stellungnahme die sofortige Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Es sei den Beschäftigten in Krankenhäusern nicht mehr vermittelbar, warum für sie eine Verpflichtung zur Corona-Impfung bestehe, für Patienten und Besucher aber nicht. Außerdem befürchtet der Verband, dass sich der Fachkräftemangel dadurch noch weiter verschärft. Evangelische Kirchenmitglieder, bei denen ihr christlicher Glaube im Leben eine zentrale Rolle spielt, haben weniger Vorurteile als andere Menschen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, die die Evangelische Kirche in Deutschland in Auftrag gegeben hat. Sie wurde durch das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD begleitet. Leistungsdruck auf der Arbeit, private Verpflichtungen, hohe eigene Ansprüche. Es gibt viele Dinge, weshalb sich Menschen gestresst fühlen. Wie Christen mit diesem Druck umgehen können, haben Leo und Susanna Beger beim diesjährigen Spring Festival in einem Vortrag thematisiert. Gemeinsam leiten sie die ICF-Kirche in Zürich. Leo Beger erklärt im Interview, dass Gott Druck nutzen kann, um an uns zu arbeiten. Es ist ja so, wenn man eine Orange presst, dann kommt im Normalfall Orangensaft raus. Und eine Drucksituation kann bedeuten, du bist mittendrin in einer Situation, wo Gott genau etwas in dir lösen möchte, was schon lange auf dem Tisch ist. Und das ist eigentlich immer eine ganz krasse Chance, weil Gott wird am Ende vom Tag unseren Charakter verändern, weil das ist das, was wir mitnehmen in den Himmel. Darum ist eine Drucksituation, und was auch immer, eine riesen Chance daran zu arbeiten. Doch die Herausforderung in Drucksituationen ist selten der Druck selber. Es sind die inneren Stimmen, erklärt Susanna Beger. Also wie Christen mit Druck umgehen können, ist das gleiche Prinzip wie bei den Sportlern. Weil Sportler sagen, die Situation an und für sich ist nicht das Problem, sondern es sind die inneren Stimmen. Und wenn man diesen inneren Stimmen nichts entgegen zu halten hat, dann hat man bereits verloren. Und ich finde, bei uns Christen ist es dasselbe. Wir haben auch so innere Stimmen, die mit irgendwelchen Dingen kommen, mit Ansprüchen oder was auch immer. Und wenn ich diesen Stimmen nichts entgegen zu halten habe, wie zum Beispiel Bibelferse, göttliche Wahrheiten, dann habe ich bereits verloren. Darüber hinaus, so Leo Beger, habe Gott den Menschen auch Freunde zur Seite gegeben, die einem helfen können, die Drucksituation zu lösen. Soweit die DRTV Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.